Ich bin Marion Weller, 52 Jahre alt und arbeite als Medizinprodukteberaterin bei der Firma HHP. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Fahrradsturz, musste operiert werden danach. Ich hatte eine Schulter-Eck-Gelenksprengung und habe die Annulation kennengelernt. Das war definitiv, dass ich nach der Kürze der Zeit meine Schulter einfach besser bewegen konnte. Fast 90% der Menschen haben Rückenprobleme. Da kann man es hervorragend einsetzen. Ob im Lendenwirbelbereich, ob im Brustwirbelbereich, Nackenbereich. Das sind so die Punkte, wo meine Kunden einfach sagen, da möchten sie eine Linderung haben. Und bin dann mit der Firma HHP zusammengekommen und habe gesagt, das möchte ich auf jeden Fall machen. Ich möchte Menschen was an die Hand geben, was sie zu Hause selbst nutzen können. Und heute ist es so, dass ich Kunden besuche. Ich bringe die Annulationstherapie-Systeme mit. Ich stelle denen das vor und bespreche mit den Kunden erstmal vorab, für was sie das eigentlich einsetzen möchten. Ob im Bereich Schmerzlinderung oder nur für die Regeneration, die Tiefenentspannung oder eben halt im Sport. Dann ist es mir ganz, ganz wichtig, dass ich eine Kundenbetreuung auch im Nachhinein mache. Aber es ist nicht nur bei den Kunden, sondern es ist auch bei Fachanwendern, sprich Physiotherapeuten, sprich Reha-Einrichtungen, sprich Ärzten, dass die einfach ein Stückchen mehr noch unterstützt werden. Wie können Sie die Annulationstherapie wirklich in der Praxis integrieren? Ich kann die Annulation weiterempfehlen, weil es wirklich ein richtig guter Zusatz ist zu unserer jetzigen Therapie. Im Bereich Schmerztherapie merkt man eine ganz eindeutige Verbesserung der Patienten. Wenn die Patienten oder auch die Kunden die Annulationstherapie regelmäßig anwenden, dann spüren sie, dass die ganze Muskulatur gelockert wird. Sie merken, dass die Durchblutung besser wieder funktioniert, das Lymphsystem, dass sie besser schlafen können. Und meine Kunden melden mir einfach rück. Sie können ihren Nacken besser bewegen, sie haben nicht mehr die Probleme im Lendenwirbelbereich. Und da ist das Annulationstherapie-System wirklich für jeden richtig genial einzusetzen.